So, hallo und willkommen zurück. Um, 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 um. Mein Kohl, Zwiebeln, genauso muss mein Gemüse sortiert werden. Ah, komm her, du Bär, du. Na geil. Ah, komm her. Komm, friss dein Honig. Jetzt steh auf, du. Oh, du Weider. Nein. Nicht die Ballone angreifen. Oh, wie mich das aufregt. Komm. Komm. Komm her und isst dein Honig jetzt. Oh, das ist wirklich das Nervigste. Ja, okay, dann nimmst du halt nicht dein Honig. Doch, nimm dein Honig, nimm dein Honig. Oh, sehr gut. Wenigstens das funktioniert, wenn es ums Essen geht. Na los, komm her. Oh, meins, 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 meins. Komm her. Ah, jetzt komm her. Jetzt komm her, bitte. Null Geduld mit dem. Isst dein Honig. Ja. Was für ein langweiliger Part. Aber naja. Das muss ja auch gemacht werden, sonst geht's nicht weiter in dem Spiel. Komm her. Komm her. Nein. Hier. Nein. Genau. Nein. Nein. Komm her. Hier ist Honig. Genau, komm her. Schnee. Wow. Also, der ist der ziemlich der faulste Typ, den was ich kenne. Ich kenne. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Hallo. Come here My god Na los Na los, ich komm her Du fauler Sack, jetzt komm her Na endlich Ich glaub, wir können nicht weiter gehen Und Puh hat es nicht viel mehr Spaß gemacht, Freunde gemeinsam zu suchen Ja, du hattest recht, Sohra, zum Dank möchte ich dir das hier schenken Puh, ich bin schon so weit gelaufen und brauche so eine kleine Pause Hätte ich doch nur einen Honigtopf, der mir meine Rast versüßt Ich muss jetzt weiter Wo willst du hin? Ich muss meine Freunde suchen Bambi erhalten Spielfortschritt speichern Ja Du, du bist Riku? Was machst du denn hier? Du wirkst gar nicht der Freude, mich zu sehen, Sohra Sag mir, wenn du was Wichtigeres zu tun hast Nein, natürlich nicht, ich meinte ja nur Schon gut, ich werte, du hattest mich sowieso beinahe vergessen Jetzt hab ich den Knopf nicht gefunden Bist du verrückt? Ich bin so weit gereist, um dich zu suchen Aber jetzt nicht mehr, was? Jetzt dreht sich alles nur noch um Namine, stimmt's? Ich bin dir genauso egal wie Namines Gefühle Was soll das denn heißen? Du hast nicht mal drüber nachgedacht, oder? Du willst so Namine sehen, aber wer sagt, dass sie dich genauso sehen will? Sehr witzig Wer macht hier Witze? Namine will dich nicht mal ansehen Warum nicht? Frag deine Erinnerungen Versuch dich doch mal zu erinnern, weshalb Namine die Insel verlassen hat Warum? Was hab ich getan? Ist das meine Schuld? Riku, geh nach Hause, Sora Ich kümmere mich um Namine Jeder, der ihr nahe kommen will Muss an mir vorbei Zack Wo liegt dein Problem? Wir sehen uns endlich wieder und du tust mir das an? Seit wann bin ich dir wichtig? Namine ist nicht die einzige Person, die die Nase voll von dir hat Riku, nein Oh Okay Ähm Na Na, 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 na Ja, wir machen einen kurzen Schnitt und dann mache ich weiter Also bis gleich Das ist ein kurzen Schnitt, das ist ein kurzer 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 Schnitt, das ist ein kurzer